die lichtquelle finden aber ich mache angehoben diesmal natürlich also pass auf zu allererst musst du so schüttel braucht ihr sitzt wo ist der reisende was das sauren als das so weiß ja krank Oh ne, was ist der Hustle, Alter? Oh ne, Ende, ja. Ich muss das schon raten, ich weiß, der kennt mich aber gar nicht. Thiago, wir werden angegriffen! Verbarrikadiert die Höhle! Thiago, hörst du! Scheiße! Die 10 Boys gehen schon, die sind so schnüppelisch. Aber genau, bei den Enden fliegen bloß Knochen hier raus. Was ist das denn? Alter, da kannst du wegdeamen, dein Ernst! Oh, was! Wo soll er die Welt führen? Gibt mir Leben! Oh, was ist das denn? Was haben wir das andere reingenommen, okay? Ja, der andere Scheiß bringt da jetzt nix mehr auf Level 13, was ist das? Ja, mir ist logisch, die sind doch auch ganz schön knackig, die Freunde her. Nee, Alter, wo spring ich denn hin? Bin ich ja out of map, oder was? Nein! Boah! Ich warte mal, Alter, die Welt viel. Wie genau, wie wir! Berserker, Alter! Ich bin schon wieder eingefrostet hier. Die unten ist ja noch mehr viel Zeug. Naja. Ich glaube, die kommen dauerhaft bis in den Beutot haben. Bist denn du hier hinten, Alter? Na, schwellt mich mal kurz hier. Schwell mal einen Fallschirm, hä? Was bist du mit einem Fallschirm, Alter? Was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das? Das alles hat meinen ganzen Hass gekonnen. Ich habe daب den Disco-Dinger, Alter. Disco, Disco. Ich bin ab von dem Helm hier. Oh nein, da bin ich noch richtig gut für mich. Ah, jetzt ziehst du wieder ordentlich Hass. Was ist denn hier los? Das ist eine Waffe. Jakob, das mit dem Licht war ein Hinterhalt. Hässliche Kerle, wollten mich weglocken. Hörst du mich? Wolltst du sein Dreifels kleben mit einer Waffe rum? Was ist denn hier los? Jakob! Oh mein Gott! Ich Achtung! Sie sind überall! Na moin. Ich wollte noch das Lüt einsammeln. So eine Muni-Kiste. So eine Lüt-Kiste. Ist auch noch mal lila. Ich brauche Titan! Titan, was war denn das für ein... Der hat die Dreiecke. Ja, ja, nee, nee. Aber da gab es noch so ein Spiel, wo so ein bösewischter Titan war... War denn das? War das bei Anthem? Boah... Hier ist doch ein Bösewischter Titan. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Aber es ist so ein Bösewischter Tyrk. Und das ist ja... Das war ein Bösewischter Titan. Zu essen. Na moin. Erst weißt, erst bring dich. Schnell. Warte, ich muss noch ne Muni-Kiste vorbei. Nimm die. Brauche ich ne, oder? Erst kann nicht. Du brauchst wie sie. Warte, ich muss ein Muni einsacken. Die. 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 Genau. Fühl mich direkt zum Lager, Alter. Bleib im Truck. Ich finde sie. Dann wird er die Welt fehlen. So. Mit enge Bande machen wir im nächsten Video mal auf meine Freunde.